Gestern hat sie gesagt, sie kommen um 6 Uhr und um 1 Uhr zu können. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und wir verschieben Ihre ganze Hoteleröffnung. Wir verschieben sie nicht. Wir machen halt dann einen kleinen Welcome-Drink auf der Baustelle. Das Carpaccio für den Willkommens-Drink ist fast fertig. Die Hüfte wurden in der Hüfte-Enschneidigkeit eingeführt.